Hallo und herzlich willkommen zurück hier im puren Chaos bei KakaN.de Crossfire 2. Ja, das letzte Mal hatten wir jetzt hier schon kleinen Vorposten eingenommen. Jetzt wollen wir schauen, ob wir da eventuell noch ein bisschen mehr draus machen können. So, unsere Einheiten sind hier immer mal so ein bisschen gefangen. Deswegen versuche ich da jetzt mal einen neuen Wegpunkt mitzusetzen, dass sie hier ein bisschen rumgehen. Äh, ne, war schon richtig. Jetzt hat er uns die zerstört, hä? Brauchen hier drüben noch ein bisschen Verstärkung, die zerstören uns hier alles, hä? Ähm, wartet mal ganz kurz, wir brauchen eventuell... Ja, hier, haut ihn raus erstmal. Kriegt er das hin? 3, 4 ist ein Mann. Ja, ist schon ein bisschen anstrengend. Vor allem immer wieder diese Luftangriffe. Wir brauchen jetzt dringend erstmal hier jemanden. Ähm, mit einer Luftverteilung. Der nehmen wir direkt wieder einen großen mit. Ja, der hat uns selber alles zerstört. Du kannst hier wirklich immer wieder nur mit starken Einheiten kämpfen. So, wir nehmen mal noch ein paar von den netten Leuten mit. Also, ich weiß nicht, kommen wir jetzt hier rüber? Ne, anscheinend nicht, ja. Wir testen's einfach mal. Auch wenn drei Bomber da nicht wirklich viel sind. Hier, los. Er wird das sowieso nicht überleben, das war mir schon klar. Sehr gut. Aber die haben zumindest schon mal das zerstören können. Die werden das jetzt zwar sowieso wieder aufbauen, aber erstmal, es ist zerstört. Wir müssen jetzt erstmal versuchen, über die vordersten Teile reinzukommen. Ich werde mal noch ein paar Flugzeuge mitbauen. Ich weiß nicht, wo der rauskommen wird. Geht erstmal hier mit hin. Wir brauchen auch noch ein paar Handwerker drüben. Wir brauchen auf jeden Fall mehr von der Karte. Wir müssen wissen, was hier so ist. Ja, hier drüben ist noch genauso ein schöner langer Weg, sehe ich. Okay, geht bis hier hinter. Deswegen ist es wichtig, immer erstmal die Lage zu erkunden, bevor wir hier weiter handeln. Geh erstmal hier rüber. Ah, wieder werden wir hier angegriffen. Soll er ruhig erstmal machen. Gut, ich möchte erstmal, dass einer mit Luftverteidigung mit rüber geht. Wir könnten aber auch nur ein Flugzeug nehmen, ich weiß es gerade nicht. Du kannst auch ab und zu mal mit angreifen, ne? Wäre mal nicht verkehrt. Hau einfach drauf. Sehr gut. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall hier unten. Dich. Wir brauchen noch das andere Flugzeug. Jetzt haut mal mehr hier raus. Wir brauchen ebenfalls mal ein paar von denen mit. Ich weiß nur, es ist nicht immer, in welchem Teil das ist. Ich glaube, das war das zweite Lager. Und wir brauchen erstmal ein paar Handwerker. Ja gut, wenn das das ist, dann wird das das auch sein. So, dann gehst du schon mal nach hier oben. Dann müssten gleich noch ein paar rauskommen. Wie sieht's denn aus? Ihr könnt erstmal hier ein bisschen reparieren. Ich hab hier ein paar mehr gebaut. Weil das Lager halt ständig zu kämpfen hat. Der Rest geht mal bitte hier hinter. So, wir brauchen mal noch ein paar von den Bonbon. Am besten auch mit hier. Sonst nehmt man die raus. Passt ihr mit rein? Ne, ja. Gut. Schade. Ah, das passt super. Gleich weiter. Ne, mal, äh, den Handwerker mit hier rüber nehmen. Ihr nehmt euch, euch nehmt ich mal mit. Ich will drüben erstmal das Teil zerstören. Wir müssen jetzt nach und nach erstmal Energie los machen. Die vor allem bauen jetzt erstmal auf Luftverteidigung um. Nachdem die mich die ganze Zeit hier nerven. Naja, sollen sie ruhig machen. Nehmt jetzt schön den Weg hier. Okay. Ihr sollt mal ein bisschen aufpassen. Das wäre ab und zu mal nicht verkehrt. Geht mal mit runter. Immer hier drauf jetzt, schnell. Obwohl das sowieso schon fast kaputt ist. Vorsicht, Leute! Ihr seid solche... Ihr seid solche Helden, wirklich. Gleich hier drauf. Ihr werdet eh nicht überleben. So, ich glaube, jetzt können wir nur noch den Frontalangriff hier irgendwie wagen. Obwohl das eigentlich auch Selbstmordkommando ist. Wir brauchen hier erstmal noch eine weitere... Rude, wir machen es wirklich. Das wäre natürlich auch geil. Wir machen das jetzt einfach. Wir sammeln uns jetzt immer hier und versuchen nach und nach... Die sind ja jetzt quasi energielos, ne? Die haben weder hier noch hier jetzt die Möglichkeit, irgendwie noch an Öl zu kommen. Das ist weg. Oben, das haben wir zerstört. Also könnten sie jetzt quasi auch kaum noch Einheiten nachproduzieren. Gut. Da werde ich... Oh, du liegst wirklich schlecht. Jetzt weiß ich, wo meine ganzen Flugzeuge in sind. So. Jetzt werden wir mal versuchen mit unseren schönen Krebsen. Das wird jetzt eine schöne Krebswanderung. Darauf hätte ich jetzt übel Bock. Die Krebsen kann ich doch auch von der anderen Seite lotsen, oder? Die werde ich mal direkt... Moment, da werden wir das hier mal abreißen. Hier mit hinbringen. Wenn das Teil hier weg ist, dann wird das besser klappen. Wir müssen nur versuchen, immer wieder von der einen Seite anzugreifen. Immer schön drauf, 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 drauf. Jetzt hier drauf. Ja, da sind wir nämlich schon mal drin in der Materie. Hier, weiter, 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 weiter. Wir brauchen noch mehr. Sollen sie ruhig machen. Sollen sie mich erstmal angreifen, wie sie wollen. Das Flugzeug mal bitte weg hier. Der mal noch mit nach oben. Ihr auch? Gleich mit hoch. Wir sind schon mal mit den einen Einheiten nach vorne gestoßen. Da können wir gleich die mit nachrücken lassen. Die anderen, die jetzt hier sind, die nicht durchkommen, auch gleich mit. Wir brauchen die Waffe hier nicht mehr. Du gehst bitte deiner Arbeit weiter nach. Ich denke mal, das Problem ist, dass die wirklich hier oben nicht rauskommen, ne? So, jetzt greift man wirklich hier weiter an. Ich möchte noch, dass hier und hier jeweils nochmal eine Luftverteilung mitgebaut wird. Ihr seht ja, wie übel das eigentlich ist hier. Geht mal nach drüben. Macht mal mehr von der Luftverteilung mit. Machen wir das jetzt hier durch. Das ist mir jetzt sowas für ein Boogie. Weil das wird ja nicht aufhören. Wir werden uns aber davon nicht beirren lassen. Die nächsten Einheiten kommen mit vor. Da haben wir gleich eine Luftverteilung mit dabei. Hier auch. Mal bitte mit nachrücken. Der Handwerker bleibt bitte hier unten. Ich brauche nicht nochmal so ein Szenario, wo ein Handwerker mit an der Grenze rumsteht. Das wird schön hier. Ihr rückt gleich von der Seite mit nach. Ah, es könnte übel werden, schwierig werden, vor allem. Mit nachrücken, den nehmen wir mit. Los, 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 los. Schön weiterziehen. Zurück, zurück, zurück. Hier, ich habe dich nicht umsonst mitgenommen. Einsatz. Die Teile sind echt belastend, ne? Man merkt es immer wieder. Gleich mit nachrücken. Wir brauchen noch mehr Einheiten, mehr Krebse. Ihr kommt jetzt erstmal von der Seite. Da werden wir hier erstmal dich positionieren, an der Seite. Gleich durchrücken. Jetzt hier drauf. Schön drauf, schön drauf. Hier, weiter, 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 weiter. Leute, weiter, weiter, weiter. Kommt. Nicht schlimm. Wir gehen nochmal weiter rein. Wir haben hier schon die nächsten. Gleich mit hoch. Es werden halt wirklich immer wieder Flugzeuge mit nachkommen. Und wir konnten sie jetzt schon mal so gut sichern. Dass sie sich quasi ihre eigene Basis hier kaputt machen. Los, versucht mal hier mit ranzukommen. Ihr mal bitte weiter nachrücken. Wir müssen das verhindern, dass der dir angreift. Ich frage mich, wo die jetzt mal landen. Ich sehe die ja gar nicht. So, wie sieht's aus? Ihr könnt gleich mit nachrücken. Ihr habt jetzt hier freie Bahn. Ihr kümmert euch gleich mal um die anderen. Na gut, der ist schon wieder weg. Gleich mal mit nach oben. Geht du mal nach drüben. Das wird hier nichts. Kommen hier echt schlecht durch. Gleich mal mit nach drüben. Gleich hier drauf. Los, kommt. Jetzt hier drauf. Komm, das kriegt er hin. Das kriegt er hin. Sehr schön. Sehr schön. Du kannst eigentlich die zerstören. Da kommt der gar nicht an dich ran. Hier drauf, drauf, drauf. Sehr gut. Der stürzt mitten rein. Na gut, das Teil ist sowieso Schrott. Äh, wir brauchen mal noch ein paar Leute mehr. Ihr gleich mal von der einen Seite wieder mit ran. Hier auch mal mit. Du gehst mal zur Seite. Wir brauchen hier noch Leute. Ihr rückt gleich wieder von der Seite mit nach. Da haben wir hier sehr gute Chancen. Du hast sehr gute Arbeit geleistet. Wirklich. Der konnte uns auch noch mal einige vom Hals jagen. Ich werde die Konstellation noch ein bisschen da lassen mit der Luftverteidigung. Ihr seht ja, was hier abgeht. So. Gleich den nächsten in die Mitte, in die Mitte, in die Mitte. Verteilt euch so ein bisschen. Dass wenn die Bomber kommen, es nicht allzu übel für uns endet. Ich glaube, wir können das jetzt mit der Luftverteidigung erstmal lassen. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Da sparen wir auch wieder Zeug. Gucken wir mal, was wir hier allein in der Mitte haben. Geht mal rüber, rüber, rüber. Da drüben hält der. Geht hier hin. Das ist nämlich sein Untergang. Weg. Der ist schon zerstört. Jetzt hier an die Teile, an die Tankwagen mit dran. Ich wusste doch, mit den Krebsen wird das eine geile Geschichte. Luftabwehr gleich mit nachfolgen. Rüber, rüber. Den holen wir mit runter. Jawohl. Sehr gut. Ich sehe aber, äh, ein paar Einheiten hängen hier noch in der Nähe fest. Kommt ihr dahinter? Naja. Hm, da brauchen wir ein paar Wassereinheiten. Wir werden das mal ganz kurz hier umstellen. Mal auf die Außenseite hier. Es hört einfach nicht auf, hör. Brauchen wir dich gleich mal so ein bisschen als Lockvogel. Ähm, mal das, äh, abbrechen und den Wegpunkt nach hier drüben verlegen. Es war schön, dass ihr jetzt alle hier rüber lauft. Krebse, die können erst mal ein Stück nach oben, damit wir hier ein Stückchen mehr Platz kriegen. Aber am liebsten wäre es mir, wenn ihr gleich mal mit, ähm, in die Hauptbasis geht. Da haben wir eine Luftverteidigung mit. Beziehungsweise ins gegnerische Lager. So, ich würde ja am liebsten hier drüben schon ein paar mit hinschicken. Ja, hier. Vielleicht können wir ja so ein bisschen die anlocken. Und mit denen den Rest machen. Geht mal bitte mit hier hin. Wir müssen die quasi nur noch anlocken, dann haben wir es. Nur noch anlocken. Ich hoffe, ihr kommt unter der Brücke durch. Ja, das haben ja die anderen Roboter auch geschafft. Ja, die hängen dort richtig fest. Gleich mal sperren. Was ist jetzt hier noch? Luftverteidigung mit nach oben. Sehr gut. Und schon haben wir es geschafft. Geil. Ey, wirklich. Eine etwas schwierigere Mission. Die hat es wirklich in sich mit diesen Luftangriffen. Das war ja wirklich übel. Aber wir haben es geschafft. Wieder mal eine super Mission. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wenn es dann zur finalen Stadt, ich glaube, der Roboter geht. Die Roboter müssten sein. Die finale Stadt der Roboter. Hatten wir ja schon mal. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt, wie wir es diesmal meister werden. Bis zum nächsten Mal. Euer Party. Und ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.